Hallo Leute, willkommen aus Kapstadt. Wie ihr vielleicht schon in meinem letzten Video gesehen habt, bin ich ja jetzt hier von Audi eingeladen, den neuen Audi A7 Sportback zu fahren. Und das nicht irgendwo, sondern auf den schönsten Straßen von Kapstadt. Wir fahren jetzt unter anderem auf dem Chapman's Peak. Sagt man das so? Auf dem Chapman's Peak. Das ist heute mein Auto, das ist der Audi A7 Sportback 50 TDI mit 286 PS und einer 8-Gang-Teptronic. Warum der 50 TDI heißt, ehrlich gesagt hat das mittlerweile nichts mehr mit dem Hubraum zu tun. Der Wagen hat einen 3-Liter-Hubraum und das mit der 50, das finden wir später noch heraus. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal los und gucken, was das Auto so zu bieten hat. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich nicht. Dann los. Dann los. Es gibt selten Momente im Straßenverkehr, wo ich wirklich ein bisschen aufgeregt bin, aber heute ist so einer dieser Momente. Und ja, oh Gott. Versuchen wir einfach mal unser Bestes. Genau. Let's go. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich heute in Südafrika, in Kapstadt, im Linksverkehr fahre. Und dann auch noch mit dem Auto, in dem ich zum ersten Mal drin sitze. Ja, das ist schon eine... Das ist ein bisschen das Problem, ne? Ich sitze jetzt hier in so einem tollen Audi, habe hier zig Sachen zum Probieren. Das ist ja echt ein riesen Flaggschiff. Und so ein paar Sachen habe ich ja schon damals bei der Weltpremiere ausprobiert. Aber ich muss jetzt erst mal im Straßenverkehr zurechtkommen und dann kann ich mich mit dem Auto beschäftigen. Kapstadt von oben. Genau, ich habe das Navi auch jetzt hier nochmal im Virtual Cockpit. Ja, und das sieht aber gut aus. Das ist ziemlich groß. Mhm. So, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, jetzt fahren wir Richtung Chapman's Peak. Ja. Und ich glaube, von hier kann man es auch schon sehen. Da vorne irgendwo am Berg lang. Da fahren wir jetzt hin. Und zwar da oben, über den Häusern, so eine kleine Straße. Und die geht dann da hinten her, bis ganz runter nach Süden. Also wir sind ja echt eben erst noch, also eben, aus dem Schnee raus. Und jetzt sind wir hier irgendwo in Südafrika. Da hinten ist das Meer. Und wir haben 30 Grad. Ja. Könnte schlimmer sein. Also wir sind jetzt hier noch nicht auf den schönsten Straßen. Und es ist trotzdem schon total schön. Es ist aber schon sehr schön hier. Und natürlich, das Auto, das gibt es ja auch noch nicht. Die ersten werden ja erst im März 2018 ausgeliefert. Jetzt haben wir gerade mal Mitte Februar. Nein, ab März sind die bestellbar oder nicht? Oder bestellbar. Ja, irgendwie so. Also Launch ist im März in Europa von dem Audi A7 Sportback. Und ich habe ja gerade schon gesagt, warum 50? Warum 50 TDI? Die Autos werden bei Audi nicht mehr nach den Literzahlen benannt. Weil die Literzahlen, die sagen ja auch heutzutage nichts mehr aus. Bei dem ganzen Downsizing und bei den ganzen turboaufgeladenen Motoren. Da braucht man keinen 5 Liter oder 6 Liter oder weiß ich nicht was mehr. Sondern der hat eben einen 3 Liter Motor. Und kommt trotzdem gut aus dem Quark. Er hat immerhin 286 PS und wie viel Newtonmeter? 620. Das ist schon ordentlich. Das ist 250 mehr ungefähr als bei dem GT3. Ja, Wahnsinn. Aber natürlich an einem 6-zylinder Diesel. Der hat natürlich ordentlichen Drehmoment. Der hat natürlich auch mehr Drehmoment als der Wagen hier als Benziner. Und ich muss direkt sagen, was mir auffällt, wenn wir jetzt mal so das Fenster zulassen. Er ist extrem leise. Er ist wirklich leise. Das ist mir schon bei vielen neuen Audi Modellen aufgefallen. Die sind so gut gedämmt bei der Fahrt, dass sie wirklich, wirklich angenehm leise sind. Man kann sich gut unterhalten, ohne dass man schreien muss. Und ich muss oft schreien in Autos. Und deswegen, um nochmal auf diese 50 zurückzukommen, das ist einfach nochmal so eine Modellbezeichnung. Zum Beispiel der 55 ist halt auch nochmal von der PS-Zahl mehr, schneller, stärker als der 50. Also das hat halt eben nichts mehr mit dem Hubraum irgendwie was gemeinsam. Ja, Audi hat jetzt da seine eigene Skala quasi gemacht. Die gibt es jetzt schon ein paar Monate. Mir war aber auch noch nicht klar, wonach das überhaupt kategorisiert wird. Aber die haben gesagt, es kommen auch immer mehr Elektroautos in Zukunft. Und dann hat man ja gar keinen Hubraum mehr. Und dann hat man auch keine Zahlen mehr, woran man das messen kann. Wie früher zum Beispiel. Richtig. Und deshalb gibt es ja jetzt diese eigene Skala. Hier hängen die Zebrafälle. Also, wir sind in Afrika. Jetzt, wo ich so ein hängendes Zebrafell am Straßenrand sehe, merke ich, wir sind in Afrika. Ja, Wahnsinn. Boah, geil. Ich würde ja schon gerne reinspringen, aber... Das ist bestimmt arg kalt. So, es geht los. Wir fahren jetzt an der Mordstation vorbei vom Chapman's Peak. Und was ich wirklich schon gut merken kann, ist die Allradlenkung. Also, wir haben ja hier ein Riesenauto. Es ist wirklich groß, es ist lang und trotzdem kommt er echt dynamisch um die Kurven. Hätte ich nicht gedacht. Das überrascht mich gerade echt positiv. Also, der lenkt bei niedrigen Geschwindigkeiten immer gegen hinten. Das heißt, wir haben einen geringeren Wendekreis. Und ab 60 kmh lenkt die Hinterachse mit. Und das sorgt nochmal für eine bessere Fahrstabilität bei höheren Geschwindigkeiten. Okay, los geht's. Chapman's Peak! bus怖 musik! 역 살만 mach fas 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 fas. Das ist krass. Das ist eine super Kulisse, um ein paar schöne Fotos zu machen von dem Auto. Und ich würde sagen, das machen wir auch zurück. Ja. Das ist mal ein großer Strand. Guck mal wer da ist. Was für ein Zufall. Wer uns also zufällig über den Weg fährt. Da sind wir schon einmal in Südafrika. Und dann ist der Tim auch hier. Hi Tim. Hallo. Habt ihr das Zeichen gesehen, die sagen, beware die Babboonen? Nein. Geh sie nicht, sie sind gefährliche wilde Tiere. Okay, nein. Ich habe das nicht gesehen. Wir haben jetzt alle Autos wieder versammelt. Einmal in Silber, in Blau, in Suzuka draußen glaube ich. Weiß und Grau. Der Tim legt sich schon in den Kofferraum. Er macht jetzt ein Nickerchen. Bis dann. Bye. Sagen. Good night. Tomagat. Oh, we're going on wir daamin. Ja. Ja jetzt haben wir noch die anderen hinter uns aufgegabelt, beziehungsweise haben die sich jetzt haben wir uns jetzt gerade noch da am Parkplatz zufällig alle zusammengesammelt. Ja und jetzt fahren wir hier alle mit den ganzen A7s, den Chapmans Peak entlang und hoffentlich finden wir jetzt auch gleich mal zu der Station, wo wir uns alle jetzt treffen mit den Leuten von Audi. Meins ist auch gleich leer und es ist echt sehr heiß, wir haben es ja okay es geht 26 Grad ist ein bisschen kühler hier oben, aber wir sind noch direkt am Wasser jetzt. Ja aber die Wellen, ich habe noch nie so große Wellen gesehen und es ist echt super entspannt hier mit dem Auto lang zu fahren, wir fahren ja auch noch morgen und morgen kann ich ja auch noch so ein bisschen was am Auto ausprobieren. Heute ist für mich erstmal so die Kennenlernphase. Es ist halt wirklich komisch, man ist auf einmal auf einem anderen Kontinent, in einem anderen Land, man fährt komplett auf der falschen Seite in einem Auto, in dem man noch nie zuvor gesessen hat, man muss sich erstmal so langsam daran tasten. Was ist das denn? Wiss ich nicht. Cooler Baum. Mit irgendwelchen. Mit dem Auto mischt oder so. Ja, kannst du essen. Dann direkt tot. Footjer. Ja. Andas. Dannickst fertig. Genau ein Bauch. Undgens coldly war mal so. ioso hast τ��. Iristation. were. 9. Sie sind. Maage. Ich creep. Dr. Alege. Manuationierteação. Wow! Untertitelung des ZDF, 2020